Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und sich der Zeit anpassen. Nenn mir bitte eine Frau, die nach 30 Jahren Ehe noch so verwöhnt wird. Ja, im Umgang mit meinen Küchengeräten, da bin ich wirklich Königin. Na bitte, wunschlos glücklich, du musst es zugeben. Na, wie geht's, Nodesh? Finger weg! Madame, das ist schrecklich! Ein Streik? Ja! Wenn nicht sofort vor Handlungen aufgenommen werden, dann wird sich der Streik verschärfen. Ein Infarkt, ich hab's kommen sehen. Ich glaube, dass Ihr Vater sich vertreten lassen sollte. Wie wär's denn mit Ihnen, Madame Püschol? Oh, Mama, das ist doch ein Witz! Als Arbeitgeberin bin ich freundlich, gerecht und warmherzig. Eine Bourgeoisin-Infomanin. Wir geben Sie ihm seine Grobheiten. Er ist Kommunist. Ha, typisch. Sie ist eine andere Frau geworden. Im Kühlschrank steht deine Kirche für dich. Billa macht sie dir warm. Dieses Miststück. Ein Albtraum. Können wir uns an einem diskreteren Auto unterhalten? Wir können in mein Büro gehen, wenn Sie wollen. Nein, in meinem Wagen wär's mir lieber. Es reicht, ich hab mich geändert. Ich bin eine andere Frau geworden. Das verdanke ich der Chefin. Jetzt bist du auf der Höhe der Zeit, Mama. Überall übernehmen die Frauen die Macht. Halt deinen Maul! Wer ist denn hier der Boss, verdammt nochmal? Ich. Wenn ich es richtig verstehe, dann bin ich jetzt das Schmuckstück. Gewissermaßen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.